Bei Mercedes-Benz stellte sich die Frage, wie ist aus einem Rennsportwagen ein Sportwagen zur Erprobung aktiver Fahrdynamiksysteme zu machen? Die Antwort ist das Experimentalfahrzeug Mercedes-Benz C112. Das ist weder ein Wagen für die Rennstrecke noch ein straßentauglich gemachter Rennwagen, obwohl er, im Gegensatz zu manchen Designstudien, alle internationalen gesetzlichen Auflagen für die Straßenzulassung erfüllt. Der C112 ist das Bindeglied zwischen einem Renn- und einem Straßenfahrzeug. Das Versuchsmodell eines Sportwagens auf dem Komfort-, Sicherheits- und Umweltverträglichkeitsniveau einer modernen Serienlimousine. Mit technischen Optionen für die Zukunft. Zunächst die Form. Das Design spiegelt die Aufgabe. Eine Synthese zwischen Silberpfeil und Mercedes-Designlinie. Kraftvolle Linien, keine verspielten Übertreibungen. Echte Sportlichkeit, gepaart mit Solidität und Sicherheit. Jede Linie, Sicke, Partie hat ihre Funktion. Von den Entlüftungsklappen im Bug, die sich nur bei Bedarf öffnen, bis hin zu den Flügeltüren. Von den seitlichen Luftflutungskanälen für den Motor bis zur Heckpartie mit dem integrierten Flügel. Eine weitere Aufgabe, das Thema Gewichtseinsparung bei erhöhter Sicherheit. Die Fahrgastzelle im C-112 ist, wie die gesamte Karosserie, aus Aluminium. Spart deshalb nicht nur Gewicht, sondern leistet zum Schutz der Passagiere auch hohe Verformungsarbeit. Das aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff gebaute Monokok der Silberpfeile ist ideal für die Sicherheitsanforderungen der Rennwagen ausgelegt. Die Aerodynamik. Die ist beim C-112 ebenso ausgelegt wie bei den Silberpfeilen. Die Fahrzeugunterseite ist wie eine umgedrehte Tragfläche geformt. Der Fahrtwind erzeugt dazu Unterdruck, der das Fahrzeug auf die Straße zieht. Darauf kommt es ja bei einem Sportwagen an. Bei möglichst wenig Luftwiderstand, möglichst viel Anpressdruck zu erzeugen, damit die Kraft auf den Boden kommt. Die intelligenteste Lösung hierfür ist im Motorsport verboten. Beim C-112 ist sie erlaubt. Die aktive Aerodynamik. Zur Erhöhung der Brems- und Seitenführungskräfte fahren Bugspoiler und Heckflügel innerhalb einer zehntel Sekunde aus und werden automatisch so eingestellt, wie es die Fahrsituation erfordert. Der fahrdynamische Grenzbereich wird sofort erweitert. Der Bremsweg verkürzt. Der angestellte Flügel erhöht zusätzlich den Luftwiderstand und reduziert den Bremsweg noch weiter. Das ist eines von drei Hightech-Systemen, die das Fahrverhalten, die aktive Sicherheit des C-112, entscheidend verbessern. Das zweite System ist die aktive Federung. Eine Kombination aus Federn und hydraulischen Stellzylindern. Alle Fahrzeugbewegungen werden hier von Sensoren erfasst und einem Rechner zugeleitet, der in Real-Time die richtigen Befehle für die Steuerung der Stellelemente errechnet und erteilt. Zum Beispiel, bei Beschleunigung will das Fahrzeug hinten in die Knie. Der Rechner sagt nein. Die Stellzylinder geben Gegendruck. Das Fahrzeug bleibt horizontal. Umgekehrt beim Bremsen, wenn es vorne runter will. Wieder nichts. Oder in der Kurve, wenn sich das Fahrzeug nach außen neigen will. Wird nicht erlaubt. Aktiver Gegendruck hält es gerade. Genauso wird der Aufbau bei unebener Fahrbahn gedämpft. Kein Nicken, kein Wanken, keine heftigen Schwingungen, kein Nachschwingen. Berücksichtigt wird auch der Beladungszustand. Der Druck in den Stellzylindern passt sich automatisch an. Immer die gleiche Sicherheit, der gleiche Komfort. Das ist keine Vision mehr. Das ist im Fahrversuch erprobt. Realität auf dem Weg zur Reife. Das gilt auch für das dritte System, die kybernetische Hinterachslenkung. Das ist nicht einfach eine Vierradlenkung aus dem Techniklehrbuch, sondern etwas ganz Neues. Selbstverständlich macht diese Hinterachslenkung auch den Wendekreis kleiner und das Einparken leichter. Aber sie kann mehr. Sie kompensiert alle Störeinflüsse, die das Fahrzeug aus seiner Spur drängen wollen, wie Windböen, unterschiedliche Fahrbahngriffigkeit, Lastwechsel in der Kurve, unterschiedlicher Reifendruck, Beladungszustand und ähnliches. Der Seitenwinddruck und alle anderen Störungen sind mithilfe von Sensoren zu messen. Was zu messen ist, kann auch geregelt und gesteuert werden. Elektronisch, über Rechner und Stellelemente. Auf jeden Störeinfluss reagiert die aktive Hinterachslenkung mit einer feindosierten Gegensteuerung. Für eine optimale Gesamtwirkung erfolgt die Berechnung und Steuerung der drei Systeme aktive Aerodynamik, aktive Federung und kybernetische Hinterachslenkung über ein und denselben Rechner. Damit repräsentiert der C112 das, was die hohe Schule der Fahrdynamik genannt werden kann. ABS und Antriebsschlupfregelung sind selbstverständlich. Nicht selbstverständlich dagegen ist die elektronisch geregelte variable Bremskraftverteilung. Normalerweise wird beim Bremsen mehr Kraft auf die Vorderräder gegeben. Die elektronische Bremskraftverteilung erhöht den Bremsdruck an der Hinterachse und passt ihn sensorgesteuert ideal der Vorderachse an. Die Bremswege werden deutlich kürzer. Der C112 hat Flügeltüren, wie der legendäre 300SL oder das Versuchsfahrzeug C111 aus den 70er Jahren. Allerdings mit entschieden mehr Komfort. Die Bedienung erfolgt über Infrarotfernbedienung und Servohydraulik oder per Hand. Zur Sicherheit bleibt die Tür stehen, wenn der Griff losgelassen wird. Sogar im schlimmsten Fall, bei Dachlage, ist der Notausstieg möglich. Die unteren Türhälften entriegeln sich sensorgesteuert automatisch und lassen sich nach außen öffnen. Der Innenraum ist sportlich elegant, funktional, komfortabel. Kein Kunststoff, alles Natur, viel Leder. Innovatives Anzeigen- und Bedienkonzept. Kein Uhrenmuseum, kein Mäusekino. Was der Fahrer wissen muss, wird ihm groß und deutlich signalisiert. Alles ist auf ihn konzentriert. Umfassende Warnanzeigen, aber nur wenn nötig. Zum Beispiel für nicht geschlossene Türen. Oder die Reifendruckkontrolle. Dem Fahrer wird angezeigt, an welchem Rad der Reifendruck zu hoch oder zu niedrig ist. Sitz-, Lenkrad- und Spiegelverstellung elektrisch mit Memory-Schaltung. Wie in den Serienfahrzeugen. Weniger ist in Zukunft mehr. Neben Kombihebel und Lichtschalter hat der Fahrer nur noch vier Kippschalter zu bedienen. Das elektronische Gaspedal ist selbstverständlich, womit der Motor an der Reihe wäre. Noch ein kurzer Blick auf das Abstandswarnradar, das die Differenzgeschwindigkeit zum vorausfahrenden Fahrzeug misst und den Fahrer warnt, wenn der Sicherheitsabstand unterschritten wird. Dem Motor könnte man bei der Arbeit zusehen, wenn man könnte. Platzierung in Mittelmotorposition. Der C112 hat den neuen Zwölfzylinder-Motor der neuen S-Klasse. 6 Liter, 300 kW bzw. 408 PS. Das reicht für Beschleunigungswerte unter 5 Sekunden. Bei Tempo 250 wird auch beim C112 abgeregelt. Natürlich elektronisch geregelter Metall-Doppelkatalysator mit 7 Liter Volumen und einem Schalldämpfer mit 70 Liter Volumen. Alles in allem eine kraftvolle, aber saubere und leise Angelegenheit. Das Experimentalfahrzeug Mercedes-Benz C112.